bereit machen wir uns jetzt die jagd beginnt das ist ja wie bei gefragt gejagt auf ard oder so schön jetzt mit der neuen plämpe bin ich mal gespannt weiter gerade so ein zombie auf mich zu du warst schneller ach das sind die kürzer ich habe mal alle drei platt gemacht die ist gar nicht schlecht die knarre muss ich sagen geht gut ab heute mit der friert nicht im winter kann man den auch töten jetzt ist hier ruhe hinten ist noch auf den naja hier auf big boss so warte mal ich wechsle mal auf meinen brandbeschleuniger ich glaube so kriegen wir den bessern das kann schon so hauptsache wir fackeln die hütte nicht ab platt so war der hinweis sonst wie hier in der hütte ok was bringt das jetzt sie gar nicht vielleicht geht da das geht irgendein tor auf oder so ach hier ist schrotflinten munition brauchst du welche ich habe keine schurz unter ich habe eine lampe oh du bist oben lang gegangen ok hier ist eine falle sehe ich gerade kann ich die ach die kann ich sogar verschieben warte mal ich komm mal die komm mal zur unterstützung alter das klavier ist ja geil spielt erstmal von alleine du hast dich platt gemacht müssen nachher aufpassen wir runter gehen weil ich habe da unten eine falle genau vor die tür gestellt so eine bärenfalle und ich konnte ich verschieben falls mal einer reinkommt oder so gesundheitsdienst bums falls du brauchst ok deine gesundheit ist bereits voll steht hier ja bei mir auch hier ist auch noch was munitionskiste wie ist das eigentlich wenn ich die sammeln kriegst du die munition auch ne 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 ok so mal gucken hier kann man auch auf dem dach rumlaufen so wo ist der nächste hinweis dahinten weiter wie sie noch mal auf die karte mit m oder tabulator glaube ja hat er die engler die schweine auf das sieht ja aus so wollen wir mal keine munition verschwenden hier ich frage mich auch ob das fall damage gibt wenn ich jetzt runter klatsche ich gucke mal oh ja gibt es ich fall auch mal zack dann können wir ja zum nächsten oder hinten kommt der dicke aber können ja weglaufen oder ja verschwenden nachdem ist die nächste wahrscheinlich auch wieder hier ist hier ist auch noch einer hoi alter f gedrückt halten dass mich hier lösche alles mit dem er dass man nochmal nachladen musste muss man sich wirklich erst mal dran gewöhnen achte es hinter der mauer der hinweis können wir hier wahrscheinlich durch ich denke auch hier so scheiß wenn man sich dann nur wenn man laut wird wenn man durchgeht wirst du doch letztens gestorben stimmt ja weiter desto super sondern gehen wir mal weiter hier ist der hinweis weiter kommen wir jetzt nicht haben weil ich alles verkokelt haben ach so er muss nur kurz warten wahrscheinlich ob diese fässer hier explodieren wo man drauf schießt muss man mal testen so karte aktualisiert was sind zweiten hinweis für den meuchler gefunden untersucht den dritten hinweis oh gott du hast drauf geschossen ja ich hab so sorry ich hab's mal getestet oh gott jetzt muss ich warten bis hier ja man findet immer wieder das neues raus hier genau hier ist wieder munition hammer habe ich jetzt hier falls du ein pferd reiten willst na das geht hier scheinbar auch ich finde hier mal ganz viele hemmer unseren scheiß so passt euch gelaufen jetzt hier durch und drückt dann er von löschen willst du die vordere oder die hinterher sein so jetzt mir egal so warte mal was haben hier hinweis in die richtung irgendwie ist wieder eine lampe weiter die lampe bringt aber nicht viel gibt es wieder ein hammer hier gibt es wieder munition hier lang ist man gar nicht oder ich weiß gar nicht hier ist natürlich können wir öffnen hier sind wieder fallen sie dass die die ich vorhin aufgestellt hatte mal gucken uns hier um ist ja auch mal einfach mal gucken es gibt es denn hier schönes drücke f zum benutzen hier kannst du lampe anmachen ah ja für was auch immer die gut ist draußen gibt es feuerwerk sowie sich das handelt feiern gerade silvester meuchler wird verbrannt jemand hat mit der verbannung des meuchlers begonnen benutze die schatten sicht ok sie ist ja das aber hier geradeaus ist noch ein hinweis das ist wahrscheinlich auch so dass man echt du hast recht ein bisschen schneller sein muss wir müssen die jetzt aufhalten wahrscheinlich und selber den verbrennen wo auch mich jetzt zerlegt wasser teufel ich weiß gar nicht ob darauf den ballern kannst du also Ich weiß nicht, ach da So, bei mir steht auch Dein Partner kann dir aushelfen, halte durch So, ah, du kommst auf mich zu Ah, wieder tot Weil ich komme aus diesem Wasserteufel nicht raus Ja, ich bin auch gleich tot Wie bekämpft man den denn? Scheiße Kann ich mir irgendwie einen Verband? Länger F glaube ich drücken, dann stoppt er die Blutung oder so Wenn du mich wiederbelebst, versuche ich da mal rauszukommen, aber Lauf, nicht da lang Komm aus dem Wasser Ja, ich komme dir hinterher Oh, Alter Das war ein mieses Vieh So, warte mal, ich will mir mal eine Spritze geben Hä, warum gibt er mir die Spritze denn nicht? So, der muss die erst aufladen Und jetzt? Nö, ne? Ich habe eine Spritze, aber ich kann mir die selber nicht geben Das ist ja komisch Eigentlich brauchst du nur linke Maustaste halten, wenn du sie in der Hand passt Aber geht nicht, oder was? Nö, funktioniert nicht Warte mal, steht da noch was anderes? Nö Komisch Was haben wir denn? Achso, was ist denn das hier überhaupt? Eine Verbandtasche haben wir ja auch noch, ne? Ja So Ne, die Spritze kann ich mir nicht geben, also Vielleicht ist sie auch defekt, oder? Ne, leider nicht Okay Das ist natürlich blöd Dann laufe ich jetzt hier mit halber Energie rum Ja, da spiele ich es eh gleich vorbei Die sind schon bei 97% Ach du Scheiße Die Verbannung des Meuchlers ist abgeschlossen Du hast die Trophäe jetzt Du darfst die Trophäe jetzt aufnehmen Ein feindlicher Jäger hat die Trophäe aufgenommen Benutze Schattenansicht Oder sie auf Karte, um deine Position zu lokalisieren Um ihn abzufangen Alter Und dann müssen wir Oh Gott, die sind hier, die mal erschießen Ich Echt? Ich muss laufen Welcher Schoss Mal gucken, wo Alter Boah Der hat mir aber welche verbraten, ey Ich habe einen Schuss gesetzt Und der hat er getötet durch Durch 96, ne? Naja, okay Aber der ist auch in Stufe 1 gewesen Ja Ja Und der hat er